Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Tame the Untameable. Ich befinde mich heute im Wüstenabschnitt von Ragnarok und vor mir krabbeln hier so dickleibige Käfer, die Jugbugs. Das sind sozusagen Käfer mit Gefäßen, wenn man das so nennen möchte. Zwar gibt es hier zwei verschiedene Sorten, diese blauen und die rosanen, die ihr hier seht. Und die blauen, die beinhalten Wasser, wenn sie so einen dicken Hintern haben, und die rosanen, die beinhalten Öl. Das heißt also, wenn ihr hier in der Wüste unterwegs seid, bei Ragnarok oder eben auch bei Scotched Earth oder vielleicht auch in anderen Wüstenregionen, dann könnt ihr nach diesen Käfernausschau halten, wenn euch zum Beispiel das Wasser ausgeht und könnt die dann auszutscheln. Wenn ihr euch den nähert, die sind nicht aggressiv, dann steht da Drücke E zum Trinken zum Beispiel oder um Öl zu bekommen. Und ja, das könnt ihr dann machen. Wir werden mal hier gucken. Hier oben ist ja schon einer. Ja, so sehen die aus der Nähe aus. Water, Jug, Buck. Und wenn ihr rangeht, dann steht da halt Drink Water. Wenn man das macht, dann wird der auf einmal ganz dünn und fliegt weg. So, und da unten ist eben einer mit Öl. Da funktioniert es auf die gleiche Art und Weise, nur dass ihr dann eben kein Wasser, sondern Öl bekommt. Allerdings ist da unten jetzt auch schon wieder so ein blöder Pegomastax. Finden wir denn hier noch welche in der Nähe? Ja, wie ihr seht, die fliehen auch sehr weit. Und wenn die anderen Käfer das mitbekommen, dann fliehen die auch. Ja, also ihr müsst da schon ein bisschen aufpassen. Wenn ihr irgendwie einen auszutschelt, dann hauen alle in der Gegend ab. So, hier unten haben wir nochmal einen mit Öl. Gucken wir uns den mal aus der Nähe an. Und hier steht Öl, Jug, Buck. Die sind immer Level 1. Take Oil. Jetzt haben wir Öl genommen von dem. Oh, da kommt eine Titanomürer. Ja, die haben wir schon vorgestellt. Du kannst uns gerne vom Leib bleiben. Da ist sie. Da kommt sie. So. Da kommen dann auch schon die Soldaten, aber um die geht es ja nicht. Ja, wie gesagt, der Jug, Buck, also den gibt es halt nur in der Wüste, in den Wüstenregionen. Ähm, wenn ihr ihn tötet, dann, ich glaube, ihr kriegt auch Chitin von denen. Aber eigentlich will man die nicht töten, sondern die sind ja wirklich sehr nützlich, um sie eben auszutrinken und Öl zu bekommen. Ich glaube, der flieht immer noch da hinten. Ja, an sich harmlos. Man kann sie eben nicht zähmen. Deswegen werden sie jetzt hier vorgestellt. Und, ähm, ja, ab und zu wirklich eine sehr nützliche Quelle. Eben einmal mit Wasser und da hinten fliegt der mit Öl. Ich glaube, ihr könnt ein bis zweimal aus jedem Käfer trinken. Dann ist der Hinterleib wieder ganz dünn. Und dann sind die auch leer. Also, wenn die ganz dünn sind, der hier ist jetzt so mittelvoll. Wenn die ganz dünn sind, dann könnt ihr die auch nicht auszutscheln. Da ist da dann einfach nichts drin. So, gucken wir uns nochmal einen aus der Nähe an. Ich glaube, an dem hatten wir schon gezutschelt. Da geht's noch einmal, ja. Was machen wir jetzt? Und ich glaube, jetzt müsste er eigentlich ganz leer sein. Vielleicht kann man sogar noch ein drittes Mal draus trinken. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ja, dann soll es das an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mit den Infos ein bisschen was anfangen. Äh, ihr könnt sehr gerne meinen Kanal liken oder das, äh, den Kanal abonnieren oder das Video liken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Tame the Untameable. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.